Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Overwatch-Video. Heute werden wieder Lootboxen geöffnet und zwar wieder 10 Stück. Mein Lootbox-Video Nr. 4 und ja, schauen wir mal, was heute hier dabei rauskommt. Ob ich heute mehr Glück habe als beim letzten Video zum Beispiel. Es geht sofort los mit zwei Blauen, yay, toll, zwei Blaue. Okay, wir haben Währung gekriegt, wir haben ein Spray für Tracer, den ich nicht ganz so toll finde. Ein Spielervorschau-Bild, was ich auch nicht so toll finde. Das Bild für Fahrer, das ist so, ja, so ein bisschen Ägypter-Style, so auf Steinplatte. Können wir mal auswählen, ne? Na gut, Nächste. Nr. 2. Oh, was soll denn das? Okay. Schon vorhanden, Geld, Dankeschön. Horizon, die Mondstation als Spray. Das ist ein Spray für, das müsste Symmetra sein, ja, der Handschuh. Für die habe ich aber etwas Besseres. Und eine Siegerpose, schon vorhanden für Tracer. Wieder Geld. So, okay, Nummer 3, komm schon, jetzt gib mir mal was Gutes hier. Nummer 3, alle guten Dinge sind 3. Nur Blau? Was ist denn los? Oh mein Gott. Okay, nicht gut, auch nicht gut. Nee. Und das auch schon gar nicht, also, ne. Okay, Nummer 4, komm schon. Ich will heute was Buntes haben. Yay, Legendary incoming. Okay, Spruch schon vorhanden. Spray und so, nicht gut. Aber guckt mal hier, Symmetra, der Devi-Skin. Die alte indische Totengötterin, Kannibalen-Dame. Coole Sache. Den habe ich gekriegt. Legendary incoming. Okay. Das war Nummer 4, ne? Dann kommt jetzt Nummer 5, würde ich mal sagen, hier. Komm schon. Okay, ein Spruch für Bastionen, die immer sehr, sehr toll sind. Ja. Die sind super. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Oh ja, ich will auch ein Schmetterling sein. Den finde ich gut. Was ist, das ist ein Torbjörn-Hammer, ne? Torbjörn reparieren. Ja. Für den habe ich auch noch nichts Gutes. Ein Skin für Hanso. Kinoko. Ein bisschen so gelb-grün. Finde ich nicht gut. Nächste. Komm, wir machen noch einen auf. Nummer 6. Okay, wir haben hier einen blauen Skin für den Genji. Azurit finde ich auch nicht gut. Das ist wieder was für Zanyata. Für wem ist denn der Widowmaker-Zeichen? Hässlich. Hässlich. Machen wir Nummer 7 auf. Wow, episch. Ippisch. Immerhin. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Die Sprays sind auch ziemlich kacke. Aber ein Skin Galgenvogel für Junkrat. Für den habe ich auch noch nichts gehabt. Gefällt mir. So schwarz-weiß Klamotten aus dem Knast halt, ne? Galgenvogel. Knastbruder. Junkrat. Nice. Okay. Noch eine. Nummer 8. Na. Na, 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 na. Flügel für Mercy. Für die habe ich aber was Besseres. Entschuldigung. Lass ruhig deine Emotionen raus, Winston. Kriegst eine Banane dafür. Keine Gnade. Keine Gnade. Aber sie ist stark wie russischer Bär. Finde ich besser. Siegerpose für Lucio. Habe ich auch noch keine Siegerpose gehabt. Für den habe ich ja nur einen Legendary Skin, den Frosch. Siegerpose aber noch nicht. Da hört er, ja, Kopfhörer am Ohr und hört ein bisschen Mucke. So, Nummer 9. Ippisch. Geld. Bin ich jetzt schon bei 1000? Immer noch nicht. Bin ich noch nicht bei 1000? Ist das ein Winston-Buch? Ne, Mai. Die gute Mai. Ja, Mai. Spielen wir hier etwa im Anfänger-Modus? Jo. Finde ich gut. Und ein Skin für den Reaper in Blutrot. Das ist aber normal halt, ne? Dabei halte ich lieber nochmal den normalen. So, eine letzte kann ich noch öffnen. Drück die Daumen für die letzte Lootbox hier heute. Zwei blaue. Okay. Skiver für sie habe ich aber den Anubi-Skin, den ich sehr viel cooler finde als den Smaragd für Fahrer. Das ist ganz nett, ne? Salutierend für Soldier. Okay. Das war's, Leute. Das waren wieder 10 Boxen. Wenigstens ein Legendary bekommen heute, den ich auch ziemlich, ziemlich nett finde für die gute Symmetra. Da sieht man den nochmal. Den habe ich bekommen. Und eine Siegerpose habe ich für sie ja auch. Wenn ich die jetzt nur hier nochmal... Achso, das ist die Siegerpose. Ja, das ist meine Siegerpose. Das sieht mit dem Skin dann alles nochmal ein bisschen schicker aus, finde ich. Hatte ich für sie nicht auch ein Highlight-Intro? Ja, Highlight-Intro habe ich auch mit ihr. Kamera zurecht drücken. Ja, wenn man mit ihr mal ein Highlight bekommt, dann würde das jetzt so bei mir aussehen. Okay, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr hier auch eingeschaltet habt und mit mir die Daumen gedrückt habt. Und ja, schauen wir mal nächste Woche, wenn ich da die nächsten 10 öffne, ob ich dann auch mal wieder Glück habe und was Legendaries bekomme. Was Legendäres. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.